Liebe Studierende, nach der Pause können wir jetzt das Problem vollständig lösen. Wie gefragt ist, wie groß der Strom I sein muss, damit eine Punktladung Q mit konstanter Geschwindigkeit V parallel zur Z-Achse des Zylinders und im Raum des Zylinders gerade sich bewegen kann. Wir haben festgestellt, im ersten Teil des Problems, dass von einem mechanischen Standpunkt aus die totale Kraft, die auf diese Punktladung Q wirkt, muss Null sein. Das heißt, die einzigen Kräfte, die hier im Spiel sind, sind die coulombsche und die Lorentz-magnetische Kraft. Das heißt, die Bedienung, die erfüllt sein muss, ist das vektoriell gesehen. Die coulombsche Kraft muss gleich groß sein, aber entgegengesetzgerichtet sein als die Lorentz-Kraft. Und tatsächlich, beide Kräfte sind parallel zueinander, sind beide radial, wie wir vorher gesehen haben. Und wenn I parallel zu V fließt, dann kann diese Bedienung erfüllt werden. Das heißt, beide Kräfte können gleich groß sein, aber entgegengesetzgerichtet sein, damit sie sich gegenseitig auf. Jetzt müssen wir konkret das lösen. Und wir können von jetzt an auf die vektorielle Schreibweise verzichten, weil die Bedienung damit so ist, damit diese Gleichung vektoriell gesehen erfüllt ist, haben wir bereits diskutiert. Wir müssen jetzt nur schauen, wie groß muss I sein als Funktion von V, damit betragmäßig beide Kräfte auch gleich groß sind. Und wir können erstens mit der Lorentz-Kraft starten. Wir haben gesehen, dass aus dem Vektorprodukt, wenn wir die Geometrie des Problems anschauen, da beide Vektoren senkrecht zueinander stehen, der Betrag der Lorentz-Kraft ist einfach Q mal V mal B. Und tatsächlich können wir jetzt hier die Lorentz-Kraft sofort schreiben. Wie gesagt, nur als Betrag ist Q mal V. Und B haben wir schon vorher definiert, ist nochmals µ0 mal I geteigt durch 2P mal 1 über R. Und jetzt, was noch übrig bleibt, müssen wir die coulombsche elektrische Kraft berechnen. Und diese Kraft ist proportional zu Q und direkt proportional zu elektrische Feldstärke. Und müssen wir jetzt im Fall des Zylinderkondensators die elektrische Feldstärke berechnen. Und das ist eine Übung in der Übung sozusagen, weil wir haben schon in der Vorlesung ähnliche Situationen beobachtet. Wir können jetzt hier mit Hilfe des gauschen Satzes, können wir die elektrische Feldstärke tatsächlich berechnen. Und zu diesem Zweck mache ich vielleicht nochmals die Zeichnung aus der Perspektive der Z-Achse meines Zylinders. So, ich habe innere Mantel mit positiver Ladung und äußere Mantel mit negativer Ladung. Und wie gesagt, nach der Fragestellung sind die Dimensionen des Zylinders bekannt. Also, R-I ist bekannt, so wie eigentlich auch R-A. Und wir wissen auch, was für eine Dichte pro Fläche vorhanden ist. Und wir wissen natürlich, dass es gibt eine bestimmte Menge von positiven Ladungen auf dem inneren Mantel und eine äquivalente Menge von negativen Ladungen auf dem äußeren Mantel. Wir haben schon vor der Pause im ersten Teil des Problems festgestellt, dass wir erwarten hier aufgrund oder wegen der zylindrischen Symmetrie eine radiale elektrische Feldstärke. Und wenn wir jetzt im Raum des Zylinders eine zusätzliche zylindrische Fläche betrachten, wir wissen, dass längst oder auf dieser Fläche, bei jedem Punkt auf dieser Fläche, die elektrische Feldstärke ist dann radial und überall konstant, sodass diese Fläche gleichzeitig auch eine equipotenzielle Fläche ist. Jetzt, wir haben schon das Instrument des Gauschensatzes in der Vorlesung geübt und mit Hilfe des Gauschensatzes können wir aus einer gegebenen Ladungsverteilung in eine bestimmte geometrische Situation, sprich im Zylinderkondensator, die elektrische Feldstärke eruieren. Was sagt eigentlich der Gauschensatz? Der Gauschensatz sagt, dass der elektrische Fluss berechnet auf einer geschlossenen Fläche, das können wir vielleicht auch so darstellen, ist gleich der totale Ladung Q enthaltet in dieser geschlossenen Fläche, gedeiht durch Y0. Was für eine geschlossene Fläche muss man anwenden, ist uns überlassen. Ist tatsächlich die Kunst des Physikers, bei einem bestimmten, konkreten Problem, so eine Fläche zu wählen, um die Rechnung zu vereinfachen. Und ich habe schon mehrmals betont, dass die Wahl der Fläche lässt sich aus der Geometrie des Problems eruieren. Man soll sich eigentlich von der Geometrie oder Symmetrie der physikalischen Situation inspirieren lassen. Und wir wählen eine zylindrische Fläche hier. Weil, wie gesagt, bei einer solchen zylindrischen Fläche, die übrigens hier auch eine äquipotentielle Fläche ist, auch eine solche Fläche von Radius R, mein elektrisches Feld, ist überall orthogonal, das heißt radial und eben gleich groß. Und das ist tatsächlich eine geeignete Fläche, um die linke Seite dieser Gleichung des Gausschen Satzes zu berechnen. So, was ich rechnen muss, ist eigentlich ein Flächenintegral der elektrische Feldstärke und betrachte jetzt hier als geschlossene Fläche eine zylindrische Fläche. Jetzt in dieser Situation, mein Skalarprodukt zwischen elektrischer Feldstärke und Flächenelemente reduziert sich auf ein Produkt von E mal Delta, weil beide Vektoren stehen tatsächlich immer auf einem solchen Mantel, auf dem Mantel des Zylinders parallel zueinander. So, das Skalarprodukt von zwei parallelen Vektoren ist einfach gleich das Produkt der Beträge von beiden Vektoren. Der Beitrag zum totalen Fluss bei diesen zwei Flächen hier ist Null, weil bei diesen zwei Flächen hier, das können wir aus der Geometrie des Problems eruieren, die elektrische Feldstärke ist immer orthogonal senkrecht zum Flächenelement, so Skalarprodukt von zwei orthogonalen Vektoren ist Null. So, von diesem Flächenintegral, was noch übrig bleibt, ist eigentlich die Integration bei dem Mantel. Jetzt auf dem Mantel, das heißt auf dieser zylindrische Fläche, meine elektrische Feldstärke ist eine Konstante, wie gesagt. So, ich kann die vom Integral rausnehmen und was dann noch übrig bleibt, ist die Integration der Fläche selber. Und diese ist gleich 2Pi mal R mal dann eine Länge L. Das wäre die Länge hier des Zylinders. Das soll gleich sein, der totale Ladung Q enthalten in dieser geschlossenen Fläche. Und was ist das? Das ist die Ladungsdichte, diese ist bekannt vom Problem, das ist tatsächlich Sigma, mal jetzt 2Pi mal Ri und auch mal L. Das wäre die Fläche des inneren Mantels, mal die Ladungsdichte pro Flächeneinheit, gibt mir die totale Ladung, die tatsächlich in dieser geschlossenen Fläche enthalten ist. Und das Gleiche, das Ganze muss ich dann durch Y0 dividieren. So, ich sehe, wie erwartet, dass die Länge hier des Zylinders eine fiktive Variable ist, die fällt, es war nur vorübergehend eingeführt oder inzugefügt im Fläche, die fällt vom Problem aus, sodass aus dieser Gleichung kann ich jetzt die elektrische Feldstärke berechnen. Und die resultierende elektrische Feldstärke ist 1 über Y0 mal Sigma, 2Pi übrigens fällt auch aus, mal Ri, das ist ein geometrisches Parameter des Problems, und das geteilt durch R. So, wir sehen, dass die elektrische Feldstärke ist inversproportional zum Radius hier R. Und dann, wenn ich jetzt die elektrische Feldstärke kenne, dann kenne ich auch gleichzeitig die Coulomb'sche Kraft. Die Coulomb'sche Kraft im Betrag ist einfach Q mal die elektrische Feldstärke. So, Sigma mal Ri geteilt durch R. Und dann habe ich eigentlich alles berechnet, was ich brauche, weil ich kann jetzt quasi die beiden Kräfte, die Lorentz und die Coulomb'sche Kraft gleichen. Und aus dieser Gleichung, das können wir jetzt brav schreiben, das heißt, diese Coulomb'sche Kraft, ich schreibe die nochmals hier, Q geteilt durch Y0 mal Sigma mal Ri geteilt durch R, muss dann gleich sein Q mal V mal µ0 mal I geteilt durch 2Pi mal 1 über R. So, dann wir sehen, wie erwartet, und das übereinstimmt eigentlich mit unseren ursprünglichen Überlegungen, dass die Ladung Q überhaupt keine Rolle spielt, nicht nur betreffend des Vorzeichens, aber auch als Ladung selber. Tatsächlich, beide Kräfte sind linear proportional zur Ladung und das fällt vom Problem aus. Wir sehen sogar auch, dass die Ortskoordinate keine Rolle spielt und dann sehen wir, dass aus dieser Gleichung zwischen zwei Kräften lässt sich dann eine Gleichung feststellen oder eruieren für den Strom I, der eben notwendig ist, um diese gerade Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit V der Punktladung zu ermöglichen. I ist tatsächlich dann gleich Sigma mal Ri mal 2Pi geteilt dann durch Y0 mal µ0 und dann mal 1 über V. Das heisst, der Strom I ist inversproportional zur Geschwindigkeit der Ladung. Und alle anderen Größen sind entweder allgemeine physikalische Konstante oder Parameter des Problems. Ich glaube, dass diese Übung sehr interessant war, weil es wirklich eine Kombination zwischen Elektrizität und Magnetismus war. Tatsächlich, wir haben eine physikalische Situation betrachtet, wo wir mit einem Draht arbeiten mussten und im Draht fließt der Strom I, das heisst, wird eine magnetische Feldstärke erzeugt. Aber mein Draht auf der Achse eines Zylinderkondensators verursacht auch natürlich eine Lorentzkraft für eine Punktladung Q, die mit dieser konstanten Geschwindigkeit sich bewegen soll im Raum des Zylinders. Bei dem Kondensator selber erzeugen wir eine elektrische Feldstärke, das heisst eine coulombsche Kraft. Dann konnten wir hier die allgemeine newtonsche Gesetz anwenden, um dann die Bedienung für diese gerade Bewegung zu ermöglichen. Also die Bedienung eruieren, die notwendig ist, damit diese Bewegung überhaupt möglich ist. Und dann konnten wir das Problem quasi trennen in einem magnetischen und einem elektrischen Problem. Wir haben von der magnetischen Seite, das heisst aus der Perspektive des Drahtes, die Lorentz-magnetische Kraft berechnet und dann aus der Perspektive des Zylinders die coulombsche elektrische Kraft, für welche wir auch hier eine interessante Anwendung des Gausschen Satzes betrachtet haben. Ich freue mich auf die nächste Übung mit Ihnen.